Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Ozeaneum Stralsund Das Ozeaneum in Stralsund steht seinen Besuchern seit dem 19. Mai wieder offen. Ein Rundgang durch die spannende Ausstellung und die riesige Aquarienwelt ist also wieder möglich. Schaufütterungen werden bislang aber nicht durchgeführt und auch einige interaktive Angebote sowie Spielbereiche für Kinder stehen derzeit noch nicht zur Verfügung. Dennoch lohnt es sich, in die Welt der nördlichen Meere abzutauchen. Das Ozeaneum öffnet zunächst Dienstag bis Sonntag seine Türen, montags bleibt das Museum geschlossen. Die Besucherzahlen werden vorerst begrenzt. Im Ausstellungsbereich sind gleichzeitig knapp 400 Besucher zugelassen. Sicherheits- und Hygieneregeln wie das Tragen von Mund- und Nasenschutz sind natürlich zu beachten. Maskottchen Walfred zeigt, wie das geht. Maskottchen Walfred